Hallo Detektor-Freunde, heute geht es um den Kurzwellen-Detektorempfang. Hierzu habe ich mal einen ungewöhnlichen Testaufbau umgesetzt. Das Problem beim Detektorempfang ist ja die geringe Trennschärfe auf den einzelnen KW-Bändern, bedingt durch eine schlechtere Kreisgüte und zusätzlicher Bedämpfung durch die Demodulation. Stationen murmeln deswegen wild durcheinander und sind häufig nicht zu trennen. Das typische Kommen und Gehen verschiedener Stationen aufzulösen, ist daher das Ziel dieser Experimente gewesen. Als Basis meiner Schaltung dient ein kommerzieller Antennentuner. Alle Komponenten sind hier nur provisorisch befestigt und daher auch problemlos wieder zu entfernen. Um ein großes LC-Verhältnis umzusetzen, fiel letztendlich die Wahl auf einen Kurzwellen-Kugelvariometer. Hiermit lassen sich Frequenzen zwischen 80 bis 16 Meter selektieren. Der im Video zu sehende Hauptdreko wird eigentlich erst ab 49 Meter benötigt. Hier reicht die Restkreiskapazität dann nicht mehr aus und es muss zusätzliche Kapazität eingebracht werden. Das besondere dieser Schaltung sind einmal die Antennenankopplung am kalten Ende des Detektorkreises und zwei zusätzlich induktiv gekoppelte Speer- oder Filterkreise, die über einen Doppeldreko mit Getriebe gesteuert werden. Die Feinabstimmung übernehmen zwei Trimmerkondensatoren. In eine durch die Detektorkreisdemodulation stark gedämpfte Resonanzkurve wird die weniger gedämpfte Filterresonanz gesetzt. Die induktive Kopplung der Filterspulen sollte daher immer so gering wie möglich sein, denn die Steilheit der Filterresonanz nimmt mit stärkerer Kopplung natürlich auch ab. Ja, das soll eigentlich schon soweit reichen, soweit die Einführung hier in das Video. Lasst das mal wirken und schaut euch den Plan des Detektors an. Ein Video funktioniert natürlich nur mit Verstärker. Konzipiert ist der Detektor aber für einen Sound-Powered Kopfhörer. Die Impedanz hat ca. 1 Kilo Ohm und deswegen ist natürlich ein Anpasstrafo notwendig. Ach ja, im Abspann gibt es noch ein paar zusätzliche Informationen, welche Schaltungselemente und Grundlagen hier für diese Versuche zur Anwendung kamen. Ja, nun genug erzählt und viel Spaß. Mit der Einstellerei. Euer Joey Entschuldigung. Ich muss ein Bastardisch kommen, wie bitte untertitelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik UNTERTITELUNG 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 Sollten die verschiedenen Behörden des Staatsrauts dazu eine Reihe von systematischen und langfristigen Maßnahmen eingreifen, damit die Unternehmen und die Bevölkerung tatsächlich damals vorteil erzielen und dem Markt neue Impulse gegeben werden? A Chinese Foreign Ministry spokesman has declined to comment on whether a South Korean company's project in North East China was suspended due to the deployment of the US Terminal High Altitude Area Defense System in South Korea. It's reported a multi-billion dollar real estate project by South Korea. It's a company, since it partly owns the land designated for the deployment. It has been too far invested in all of it. He's been able to read the decret in question and made sure that he was renown for the moment. He's been able to find solutions for a big deal. He's been able to find solutions in order to the decret. The man of the company decided mercredi to exclude the magistrate the magistrate. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018